Für Unternehmen sind Mitarbeitende zwei Seiten der gleichen Medaille. Die größte Ausgabe und der größte Gewinn. Sie bewirken sich jeden Tag auf verschiedene Dinge aus, von der Brand Awareness bis hin zur Gewinnmarge. Kein Wunder also, dass Studien regelmäßig einen großen Zusammenhang zwischen Engagement, Produktivität und Rentabilität zeigen. Und weil das so ist, sind sie als Leader gefragt. Sie müssen die Leistung steigen. Gerade jetzt, wo das New Work Paradigma greift, wird es immer wichtiger, da die Erwartungen der Mitarbeitenden sich ständig verändern. Die Lösung des Ganzen? Workforce Management. Heute gehen wir der Frage nach, was Workforce Management eigentlich ist und welche Dinge sie beachten müssen bei der Auswahl von Workforce Management Lösungen. Zuerst wollen wir wissen, wie erfolgreiche Unternehmen ihre Mitarbeitenden stärken und das Engagement steigen. I would say first and foremost important thing is that we should identify the skills that we have within the organization internally and we have to identify what are the gaps and that would help to drive our strategy to ensure that blue-collar workers are also taken care of. Unternehmen müssen bedenken, bei der Einbindung von blue-collar workers in digitale Prozesse von HR, dass diese Uneingeschränkten ihnen zur Verfügung stehen. Gute Technologien dafür wert, unter anderem eine Mobile App, weil nicht immer alles tatsächlich über eine Workstation in den Werkzeilen abgewickelt werden kann. Unternehmen können es sich nicht mehr leisten, Zeitarbeitende, Frontline- oder Blue-collar Mitarbeitende als entbehrlich zu betrachten. Sie können es sich auch nicht leisten, deren Wunsch nach mehr Flexibilität zu ignorieren. Denn Frontline- und Blue-collar Mitarbeitende sind das Rückgrat eines jeden Unternehmens. Und sie wollen auch so behandelt werden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die Themen aus der Sicht der Mitarbeiter zu denken und sich zu fragen, wer ist meine Zielgruppe? Wer sind meine Arbeitnehmer? Und sich dann im zweiten Schritt auch die Frage zu stellen, was benötigt diese Zielgruppe, um letztendlich auch zufrieden im Unternehmen zu sein. Einbindung von Mitarbeitenden ist mit der Nutzung von Workday per se schon vorprogrammiert. Die Idee von Workday ist, ein Tool zu implementieren, das Mitarbeiter enabelt und empowert, auch Führungskräfte, um eben wesentliche ETA-Themen, ETA-Prozesse selber in die Hand zu nehmen. Wenn es um das Thema Karriere und Talententwicklung geht, dann finde ich persönlich einen Aspekt ganz spannend, und zwar, dass uns Workday die Möglichkeit bietet, in sämtlichen Ländern, über sämtliche Zielgruppen uns eine unwahrscheinlich gute Transparenz über unsere Talente zu verschaffen. Unternehmen stecken heute häufig noch in Prozessen von gestern fest. Manuelle Arbeit, Systeme in Silos und Daten irgendwo und nirgendwo. Zudem lässt sich das Leben auch nicht so einfach in Tabellen pressen. Menschen und ihre Pläne sind einfach viel zu unberechenbar. Datengesteuerte Erkenntnisse und einheitliche Workforce-Management-Systeme können da helfen. Aber wie? Organisationen brauchen Daten, um zu identifizieren, was die Fähigkeiten, die auch für die Zukunft brauchen. Sie müssen die Verbrauchung und Demand verstehen. Und in order to do so, musst du die Erkenntnisse in deinem existenten Workforce haben, um auch zu verstehen, wo die kritischen Gäste sind, in terms of Talent für die Zukunft, und wie kann ich diese Gäste planen, in order to fill those gaps. In the end, it's all about supply and demand, but you also need to get a good understanding in terms of supply. Nach allem, was wir heute gehört haben, ist eines ganz klar. Top-Down-Ansätze werden zu einem Relikt. Einheitliche Workforce-Management-Systeme sind die Zukunft. Und hier ist warum. Ein Cloud-System ermöglicht eine schnellere Transformation, weil es aus der Box kommt mit Prozesse, die als Baseline benutzt werden können. Und wenn du als Kunden verstehst, was die kritischen Verwendungen für meine Organisation sind, zusammen mit dem Verständnis, was aus der Box kommt, acceleriert die Transformation. Natürlich ist es in der Ende auch eine organisatische Prozess, die Gäste braucht. Das war's. Am besten klicken Sie gleich hier unten auf den Link, dann finden Sie heraus, wie auch Sie mit Workday HCM und Workforce-Management-Lösungen Ihre Crew aufs nächste Level bringen. Bis dahin, einen schönen Workday!